hallo herzlich willkommen zurück beim red talks für unsere let's play mafia weiter geht's wir müssen jetzt auf die rennestreck jetzt weiter das wäre entspannend wieder was kommt hier ist unsere führer parkt so dann nehmen wir die rote weil die rote geht schnell so jetzt die ziele werden fahrer erste platz zu machen auf diese rennstreck das wird wieder entspannt weil die strecke ist nicht nicht so leicht der ist schön gut gemacht einfach sie werden sehen wenn sie kennt das spielt nicht sonst wenn sie kennen das spiel dann erwiesen wie das wie das geht dann war aber mal sehen fahrt zur rennstreck wo aber auch zeit so ich muss gucken mappe ist das kann es da rüber so fahren wir los hier auf die nächste jawohl normal bin ich richtig gut gucken auf die karte ja ja egal er hat mich nicht gesehen aber jetzt machen wir den bau mal ich will zu schnell gehen das passiert so was so lasst mich die schüler holen und wir fahren ist auch die reihe wenn sie gesehen wir haben auch unfall geworden Aber jetzt kann man Gas geben. Immer aufpassen. So, dass einfach keine Polizisten da sind. Aber jetzt passiert nichts mehr. So, das haben wir bald geschafft. Jawohl. Hier kommt das Lost Haven Racing Circuit. Oh je, ich war ein bisschen zu schnell. Ah, das geht. Wir warten alle auf uns. Okay, da sind wir auf dem Rennstreck. Haha. Und wenn du Zweiter wirst, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Na ja, ich glaube nicht daran. Tom, die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ja, ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Hake ist. Okay, dann machen wir. So, ich mach auf einfach, starte aus. Weil sonst ist einfach sehr schwer. Ah, der erste ist weg. Oh, wir fahren gut. Aber die alle heißen ihn auch schnell. Ah, und die Drifte. Oh je, je. Okay, wir sind jetzt vierte. Oho. Ah. Ah, das ist... So, ein... Also, wir müssen besser machen. So, wie das aussehen ist, wir machen den ersten Raum. Aber Brems, das ist nicht das Beste auf die Waage. Und die Drifte. Oh, je, 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 je. Oh, ich weiß nicht. So, weiter geht's. Aber jetzt sind die alle vorne, super, wir kommen schnell, so schnell nicht, oje oje oje, jetzt ist es vorbei, so noch einmal, oh, haben Sie gesehen, das war einfach wirklich. Schön schwer, so jetzt, diesmal schön, anfahren, schallt aus, ok. Ich würde so mein Bestes machen. Ja, Bewegung. Hallo, hohoho, die machen keine Geschenke. Euer Christian. Aieieieieiei! Jetzt ist wieder alles weg. Ah gut, sechster Platz. Also geht schon. Nein, kein Drift. Nein! Nein! Ah! Ah ja. Und er hat mich gesehen, oder? Er hat extra gemacht, na ja. So jetzt muss ich Gas geben. Ist hier nicht gut. Ja, danke. Nein. War knapp. Ah, gehen wir hin. Drei Plätzchen mehr holen. Jetzt machen wir Dampf. Achte Platz. Ah. Ah. Nein. Ah. 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 Das ist verrückt. Ah. Ich hab mich sehr gut wiederholen. Und jetzt wieder alles. So. Ah. Ah. Und jetzt auch Tempo. Ich versuch, die Strecke zu abschneiden. Da passiert wieder das... Nein, okay. Das ist gut. Ich hab's gut bekommen. Aber ihr nicht. Ha. Ah. Bei ihnen haben wir noch... Zwei Runden zu machen war schön schwer jetzt. Und jetzt kann ich drei Stück überruhen. Jawohl! Jetzt sechste Platz. Oje 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 oje. Oh jetzt sind die alle vorne. Vielleicht schaffen wir auch die ersten Platz auf dem zweiten Versuch. Ich muss auf, aber ich habe keine Ahnung, wenn die Wagen von zugrifft, naja, und ich werde hier leben. So, okay, jetzt schaffen wir diese Großabkürzung, jawohl. Wow, jetzt war ein Unfall. So, jetzt überrollen wir auch diese Trilleplatz. Jawohl. Nein, 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 nein. Aber gut, das ist alles nicht so fertig. Das sind zwei Fahnen, und die kriegen wir auch. Die sind nicht so weit weg. Ein bisschen rumspielen mit die Gase. Nein, 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 nein. Das war nicht gut. Aber ich sehe, das war drei Wagen, oder? Oder ich habe es falsch gesehen. Dann ist die erste Platz auch nicht so weit weg. Jetzt kommen die Kollegen. Nein! Ah, danke. Oh, das ist verrückt. Jetzt über den sechsten Platz. Jetzt neue Versuche. Also, wir kennen die Sprechung. Anfahren, nein, anfahren. Oh. Schwere, nein, 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 extrem. Nein, anfahren, das ist einfach okay. So, die Strecke kennt man ein bisschen. Ah, danke. Ah, ich habe einen guten Lauf gehabt. Jetzt, ich muss versuchen, immer in dieser Side-Panel zu bleiben. Die sind auch nicht so weit weg. Ja, das kriegt man nicht. Jawohl. Vierter. Nein. Jetzt zweite. Ah. Bewegung, was macht der hier vorne? Ah. Wow. Ah, ja, danke. Oh, je, 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 je. Das ist das Chaos-Rennen. Die wollen alle nicht, nicht, gewinnen lassen. Oh, ja, 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 ja. Jetzt dritter Platz. Ah. Haben Sie das gesehen? Oh, nee. Das ist verrückt. Das ist immer geschoben. Oh, jetzt dritter Platz. Gib Gas. Oh, jetzt sind noch drei Rollen übrig und ich bin zweiter Platz, oder? Nee, dritter Platz. Ist gut, 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 gut. Nein, das ist nicht gut, das. Oh, oh. Ah, jetzt kommt der mordere Kollege, ja. Lass mich durch. Ja, ich hab kein Auto-Rival gehabt. Ich bin zweiter, ja. Ich bin zweiter, ja. Ich bin zweiter, ja. Mit meinem. Ich muss zurück auf den ersten Platz, aber wie Sie sehen, das ist nicht zu antworten. Das Spiel ist sowieso nicht so einfach, muss ich auch zugeben. Ah, zwei vorne, habe ich gesehen. Dann werden wir die dritte und die zweite überholen, wenn das klappt in dieser Runde. Das muss auch klappen. Irgendwie habe ich eine gute Chance, glaube ich. Der wird die Tür zu machen. Der weiß, dass ich bin Ihnen. Der weiß, dass ich bin Internehmen. Und jetzt, jetzt, Moment, jetzt. Nein, 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 mein Gott, nein, und dann, ah, so war's. Und jetzt, ah, jetzt kann ich vergessen. Ah ja. Unmöglich, unmöglich, aber neue Versuche. Das ist einfach verrückt. Ich spiele ihn einfach, aber Sie sehen, das ist einfach nicht so einfach. Das gibt immer was. Ja, okay, die erste habe ich. So, versuch mal anfangen. Ah, wir sind erst. Vielleicht schaffe ich, jetzt ist es mal erst zu bleiben. Nein! Oh, ja, 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 ja. Das ist, ehrlich gesagt, sehr schwer mit dem Joypad zu kontrollieren, einfach richtig die Waage. Damals habe ich gespielt mit Tastatur. Dann können Sie sich fragen, wie das hat funktioniert damals mit Tastatur. Aber jetzt mit Joypad, das ist mehr die Präzision und, ja. Heieiei. Und jetzt, weiter geht's. Das sind Erste. Ich muss auch gucken, dass ich aber einen guten Vorsprung habe. Nein, die Fälle Nein, das gibt es doch nicht Das habe ich nicht gesehen Jetzt ist alles vorbei Oder? Einer hat sich umgedreht Er ist schon weg Aber nein Ich war zufrieden Erster Platz Nein, nun passiert sowas Da muss ich fragen warum Danke, schiebt mich Jetzt will ich die Straße haben Ich will den ersten Platz Boah Das ist schön extrem So, lass mich durch Jawohl Zauber überholen Vierter Platz Nein, nein, nein Jawohl, das sind die drei Erster vorne Aha Da haben wir Chance Wir haben Chance Nein, 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 nein Nein, nein, nein! Unmöglich! So, neue Versuchen! Sie sehen, das ist einfach... Wie viel versucht, ich weiß auch nicht wie viel. Aber das ist nicht leicht. Aber das Spiel ist einfach großartig. Zu machen mit einem Joy-Part. Das ist einfach... Ein anderes Erlebnis, muss ich sagen. Ah, brems, brems! Jawoll! Jetzt... Jetzt bin ich wirklich in einer guten Zeit, das zu schaffen. Ah! Kein Unfall, Baue! Bitte! Bitte! Oh! Eine тысячelung! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Jetzt haben wir die erste Runde bestanden mit erster Platz und sogar in gute Zeit hingelegt. Aber die kommen trotzdem schnell, die unteren Runde. Aber ich muss immer aufpassen auf die Strecke, er ist stimmlich schwer. Gucken Sie, gucken Sie, ich mache auch wieder... Jetzt, gib mal Gas wieder. Er kommt, die andere. Oh nein! Aber der ist so schnell, der wird mich überholen. Aber ich habe Glück, ich komme noch einfach vorbei. Boah! 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 Das ist so lustig auf einmal. Kleine Fälle und bumm! Sie sind weg. Aber ich will das weg, ich bekomme jetzt. Egal, wie lange dauert die Partie. Ich schneide auch nichts, muss ich auch sagen. Das ist das extreme Versuch. Anspiel extrem wiederholen zu müssen. Aber ich hoffe jetzt, ich glaube, ich bin gut dabei jetzt. Ich kenne den Strecke. Ich weiß jetzt, wo sind die schweren Punkte. Dann muss das funktionieren jetzt. Leider, sie werden dann versehen in dem Park ihre Rennstrecke. Wiederholungsversuche. Aber ich kann nichts dafür. So. Jetzt wir sind gut in die Zeit. Jetzt auf Pass, auf Pass, auf Pass. Boah! Das war eine knappe. Aber ihr nicht! Nein! Unmöglich! Unmöglich! Neue Versuche! Auf Wiederhole. So! Jetzt! Das ist entspannt jetzt. Entspannend Wiederholung! Ha! Oh, das ist gut jetzt. Nein, nein, nein. Das war knapp. Ich habe gedacht, dass ich wäre einfach schön bumm. Ah, du kannst kommen. Kennst du die Abkürzung? Ich kenne eine. Nein, 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 nein. Nein. Ah, nein. Das gibt es doch nicht. Ich weiß, wo ich mache die Fälle. Ich versuche immer... Ah, je, 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 je. Weiter geht's. Das ist schon ein Spannungspiel. Entweder ich bin zu schnell, ah ja danke, wahrscheinlich bin ich zu schnell auf dem, lass mich durch. Ah, jetzt, wir schaffen das. So, jetzt wieder hoch, ich überroll ihn, aber kann ich, ja, ah. Ah, er wollte mich hochschieben, aber ihr aufpassen, dass ihr, dass ich komme immer zu schnell, jetzt. So, jetzt, erster Platz, und ich hoffe, ich bleibe. Weil, wie gesagt, das ist nicht so einfach. Hier bremsen, vorhin, ja, vorher, jawohl. Ein bisschen ausrollen lassen, jawohl. Doch, ausrollen lassen, ja. Puh. Nein, 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 nein. Ah. Ah, Gott sei Dank, habe ich einen guten Vorsprung gehabt, aber er wird mich überrollen, oder? Oh, ho, ho, ho. So ein Glück wieder. Oder? Aber wir schaffen das. Ah, die sind zwei hinter mir. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Was, das ist ihr, das Gefährlichste. So, jetzt. Jetzt habe ich ihn bekommen. Und ich bleibe Erster. Aber nicht ihr. Nein. Ah. Eine Fälle, und dann passiert einfach sowas. Ja, das war wahrscheinlich damals die Formel 1, an der Zeit, 1930. Erstmal, sie haben keine richtige Kontrolle. Keine elektronische an Borde. Keine ABS. Ha, das ist ja lustig. Kann man sich fragen, wie haben die wirklich gefahren? Mit so welchen Autos. Kollege, ich komme, ich komme. Nein, 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 nein. Nicht so, nicht so. Ah. Boah. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, das passiert was. Dass ich ab wieder... Na gut, der hat schön ein bisschen Vorsprung gemacht, jetzt die erste. Aber hier kann ich noch wieder Vorsprung... Achtung. Achtung. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Boah. Aber wie gesagt, ich fahre um Libis, oder? So, jetzt... So, jetzt... Und ich war sehr schnell, 130. Ich muss auch. Ah, der ist vorne. Mit Glück, vielleicht. Es kann sein, dass ich gewinne. Aber da brauche ich einfach nicht mehr so viel Risiko anzunehmen. Nein, 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 nein. Ich habe Glück. Sie hat sich fast überschleudert wieder. So, jetzt. Langsam, langsam, langsam. Hallo. Kumpel, da komme ich. Du warst erst, aber ich komme. Ich hole mir die erste Platz und ich siege. Aber noch eine Runde. So, hoffentlich macht er auch keine komische Bewegung, mich zu stoppen. Also, wie das aussehen. Nee. Das scheint gut. Jawohl. Wir sind jetzt erste und letzte Runde. Aber jetzt muss ich sehr genau aufpassen. Nicht so. Nicht so. Oh. Hohoho Ah, der kommt auch langsam hinter mir Aber ich gebe Gas Er soll mich in Ruhe lassen Das ist eng Aber jetzt Oh, langsam, langsam Langsam Also ich glaube, dass die Lassen mich einfach gewinnen Nein, haha Die wollen unbedingt gewinnen Ja, 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 ja So, jetzt das Podium. Ja, kann man jetzt feiern. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Jetzt haben wir alles erreicht auf einmal. Einen großen Respekt verdient. So, dann ich sage einfach für heute, wir machen Schluss. Ich bin schon wahrscheinlich über die Zeit gelaufen oder ich weiß nicht. Ist egal gewesen, aber ob ihr sagt, ihr habt auch Spaß gehabt mit mir. Und ich wünsche euch noch eine. Alles gut. Ciao.